So, guten Morgen! Oh Junge, ach du morgens, erst mal Streamschaden, zu Like A Dragon Infinite Valve, ne, ne, du kommst zurück zu Like A Dragon Infinite Valve, danke, jetzt schon macho oder was, nein, ähm, ja, wir wollen nach Nell Island, wir haben, wir haben da wohl noch, Tommy hat wohl jemanden, der uns da hinbringen könnte vielleicht, mhm, und ich hab Bock. Ich hab irgendwie das Gefühl, weil, wir fangen jetzt relativ früh an, und ich hab hier so ein bisschen Zeit mitgebracht, und ich bin ein bisschen wacher als gestern, also gestern war echt, alter, der Videopunkt am Ende war echt schlimm, man hat's vielleicht hab ich gemerkt, hm, und ich weiß nicht, ich würde jetzt durchziehen, soweit es geht, vielleicht schaffen wir heute das Finale, mal ein Computer 13, ich weiß nicht, wie viel, es kann eigentlich nicht mehr viel kommen, Ich weiß nicht, was noch kommen soll, so, äh, ja, hallo! Hm, wir müssten, mal bevor wir da reingehen, haben wir eigentlich alles an Kisten? Na, das könnten wir eigentlich auch noch machen, aber wir können's immer noch nicht, wir ist ja immer noch nicht freigeschalten. Ähm, wir sollten uns noch kurz full heilen, was MP angeht. Das ist einfach mal in den nächsten Laden, ich glaub hier in Anaconda Shopping, ich sehe, da ist doch was. War ich jemals da drin? Ähm, 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 Manchmal, wie will ich, wir haben echt Infinite Duel, einfach, ne? Also, dein Name ist Programm. Hat den ganzen Geld, das wir haben mittlerweile. Irgendwer fehlt uns hier noch, ne? Vielleicht haben die anderen nach Hawaii. Ich würde ja nicht sagen, dass wir gucken zusammen. Hm. Hm. Ich muss ja sagen, ne? Ich hätte gerne den hier mit noch weitergelevelt. Der könnte funny sein, oder den hier. Aber wir müssen jetzt erstmal den Held auf 30 bringen und ich werde jetzt im finalen Fight auch den Held nutzen. So, let's go. Weil wir haben nichts anderes zu tun erstmal, ne? Ich guck doppel und dreifah mittlerweile. Weil es ist echt... Wo sind schon... Alter, warum mach ich diesen Fehler noch? Das sind ja noch sechs Aufgaben. Aber es... Also, es ist nicht mehr so viel. Was für dir, Junge? Wofür? Wofür? Wofür ist die Welt? Ich habe schon mal hier in mir gewonnen, wo ich das ganze, was ich absehbare. Ich habe noch nie gesehen, Taka. Ich habe schon mal vor, dass ich mich mit mir ausdehnliche Verletzung. Ich habe auch angefangen, am Arte. Ich mache mir die Zeit. Ich habe mich auf das ganze, was ich in diesen Rücken oder was ich in den Rücken? Ich habe mich mit dem Rücken, in der mir immer in den Rücken. Ich habe mich in der Rücken, um heute in Rücken zu kommen, um zu übernommen. Das ist, was ich auch in der Rücken? Oh? Unda chernだった それにこいつとはずいぶん久しぶりにあいもんで かすがさんのほうがこいつのこと詳しいと思いますよ 顔が広いのと仲がいいのは別の話みたいね 結果俺なら何でもいいだろう 高田さんを Ja? Warum kennst du meinen Namen nicht? Oh, schau. Ich kann mich nicht selbst erklären. Manchmal ist Ichiban sehr klug. Takada? Was ist denn? Angelegen? Hier ist es ein Eis. Was ist denn? Das ist, was ich? Schau. Die Verbrecherung von mir hat es nicht mehr, was ich hab. Ich bin ein Erdbeer. Ich bin ein Erdbeer. Uhuhuhu. Perfekt. Und dann Die Erschwung Die Erschwung Die Erschwung Die Erschwung Die Erschwung Die Erschwung HerριСТwung Sie fragen Sie waren Sie Die Erschwung Sie Sie oma das gute Da geht's! Geh wir mal! Geh wir mal! Geh wir mal! Geh wir nicht abweist! Jetzt geht's auch nicht. Sicher? Nein. Ich hab nicht komplett abweist interneten. Ich habe mich nicht ab, wenn du sie nicht abf weightierst. Was ist das? Oh? Ich bin der Neresin. Hey! Taka! Was ist das? Ich glaube, er hat sich in der Verlangen-Bereich gelegt. Prys... Wie kann man das hier machen? Wir haben keine Leute für Sie! Der Flugzeug ist nicht so gut, aber wenn man sich an die Polizei findet, dann müssen wir hier weg. Ja. Oho. Oho. ernsthaft jetzt werden wir wieder von der ganzen stadt gejagd er ist ein paar leute wir verwirren keiner hat was gegen was Batteriesafe Jetzt haben wir ne Runde mit Chipdose einfach viel Platz, aber egal Scheiße, ich muss ihn langsam halten Du bist Hest genommen Ich hab einfach einen Hest genommen Hat er gesagt, someone call the cops? Das war doch selber, Alter Oh Mann, das war doch geil Das sind's der Welpen-Gruppe Und noch mehr Wird ich nach oben? Und dann würde ich einfach den Ort hier umgehen, oder? Wie die einfach überall sind Wie die einfach überall sind Die kleine Kaffee müssen wir führen Wohl, wie das hatte ich sie nicht alles skippen Was hab ich dann zugelegt? Warum? 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 Hm Besser? Du bist Wohl, wie Wohl, wie Wohl, wohnend Wohl, wohnend Na gut, let's go. Da sind wir ja überall noch. Wird das die selben Gegner? Na ja, sonst. Okay, mehr muss ich nicht wissen. Ach doch. Das kontinuierst. Ist hin. Au. Und noch einmal. Das ist cool. War ich nicht ein Megaschwung? Dann hast du ja wenigstens. Kann ich euch verbinden? Ich bin hier in der Videobeschrenze. Anhaltender. Aber ich bin hier wieder. Ich bin hier wieder. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin ein Räuber. Ich bin ein Räuber. wir haben die selben Klasse wie wir haben, alter gut aber so 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 und die gute junge warum wollte ich mich auch noch kümmern ich habe mich auch noch Was ist es genommen? Let's go jetzt ist ein paar gegner zu fühlen ganz andere leute warte! du bist herz genommen also langsam ja so hat sie mutter Oh, gut. Natürlich kommt er noch mehr. Oh, Gott. Und dann? Oh, Gott. Oh, du hast die Hälfte! Oh, du hast die Hälfte! Du hast die Hälfte, die Hälfte! Ein bisschen! Oh! 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 Hm... das kann ich glaube ich echt gut so jetzt sehen wie viele sind da denn zusammen sie kann echt nicht gut aus ich kann ihn noch gar nicht perfekt durch alle und dann ausgeholt wirklich umringen festnehmen voll die kopf sieht nicht aus so geil der kopf das eben gesagt hat war nicht so funny das hier ist so eine area wo wir echt am seltensten unterwegs sind das war eine tru die habe ich noch nie gesehen lasst mich in ruhe das war auch nicht locker noch das war auch nicht so das war auch nicht so noch nicht so Die Runde ist hier um. Nein, du bist Schatz genommen. Muss ich jetzt durchkämpfen noch? Die Runde ist gut. Die Runde ist gut. Was ist das? ja wo lang sind wir denn ich hatte die gleiche durch warte mal ok ich muss mir in ruhe jetzt habt ihr mich ins hat sehen Das war's für mich. Ich bin hier gelähmt. Natürlich was ich auch. Zumindest hat er ein Level abgehauen. Alles ist hier cool. Kommt mir alles weggelegen. Hallo, ich muss kurz mit dir reden. Du musst doch doch gehalten. Jetzt denke ich hier. Tschüss. Ich dachte, ich komm euch. Jetzt sind wir alle drei. Ja, ja. Wie viele das sind. Kann ich euch einfach mal gehen? Ja, was? Ja, was? Ich habe mich noch gekannt. Ja, das war's. Was ist das, was ich? wie viel geld wir jetzt schon wieder und weiter natürlich Na ja, wir haben's. Bin ich moan. Ich bin entkommen, als wir... Ich bin entkommen, als wir... Und wer bist du? Und wer bist du? Und wer bist du? Shit. Ich bin einig. 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 Was war das? UBC ist genommen. Let's go. Jetzt einfach die ganze Stadt wieder jagt. Ich hab lieber die hier gemacht. Wir lassen die anderen jetzt so ab. Ja, die tun sich. Da kommen die nächsten Verfolger. Da kommen zwei Verfolger. Über die man sich kämpft, ne? Ja. Ja, aber wahr. Ich hab... Ja, komm. Ja, tschüss. Wenn hier wie... Regenbogenkistall wir einfach mal hätten, ne? Oh boy. Einmal kurz hallen. Dankeschön, tschüss. Wo war ich hin? Analyte jab haben wir auch. Wir wollen vielleicht zum Revolver aus. Irgendwo hin, wo wir sicher sind. Was? Kann ich nicht in die Gassen hier rein? Und wird... Jetzt kann ich hier rein. Perfekt. So. Das hier. Klar. Kann ich nicht. Nämlich nicht ein Gramm. Wie auch nicht ein Aus tienes. Wir wollen uns mal hier durchbrechen. Du musst mal hier durchbrechen. Ja, mach das. Ich bin ja, ich bin ja! ich habe mehr dabei als auf dem konto ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht ich habe gerade so viel also bevor ich soll ihre ich das ja nicht ich kann weiter fliehen was kann jetzt es ist Es gibt auch einen Schiff, einen Schiff, einen Schiff und einen Schiff. Das ist auch so. Vielleicht ist Rani noch in der Honolulu City. Das ist ein Sinn, warum? Wenn ich Rani an den Moment zurückgebracht habe, ist das wichtigste Teil des Parakana. Deswegen haben wir nur die Schiff aufgewachsen. Bis das Schiff abführt. Ich wusste es. Ich habe es doch letztes Mal schon gesagt. Haha! Hans-Junji? Du bist schon gekommen? Ich glaube. Ich glaube, dass ich so viele Menschen mit dem Himmel habe. Ich bin Hans-Junji. Ich bin der Komi-Jürgen. 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 Bitte. Son-Junji ist immer noch mit dem Komi-Jürgen. Sie sind sehr gut. Son-Junji ist in der Komi-Jürgen. Ja. Da ist auch der Komi-Jürgen. So war Son-Junji für die Hauai-Fraktion. Das war ein ganzes Outfit. Ist ja so. Dann bist du sofort nach wo du siehst. Son-Junji ist der Komi-Jürgen. Das ist Herr Unterbradar. Ja. Also, was wir heute gehören, ist. Sobald die Kassuga sind komplett voruntergezogen. Vorher das Fall, die ihm aufzuhören, die die Verwanderung der Paläkana-Verlangenheit verletzt. Das ist genau so. Aber da wurde die Angelegenheit verletzt. Bitte beij probiert... Hier sind die Angelegenheit von anderen Kassen. Das ist die Nere-Tau. Oh? Das ist das Ziel. Wo ist diese船? Die Hohno-Ru-Ru-An ist in der Mitte der Hohno-Ru-An. Das ist wahrscheinlich nicht die Hohno-Ru-An. Daher gibt es ein Schuss auf dem Barschus. Daher gibt es keine Hohno-Ru-An. Das ist nicht so, dass die Hohno-Ru-An sind. Die Hohno-Ru-An ist noch nicht geholfen. Gut, wir gehen hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin nicht sicher, dass Lani hierher kommen kann. Ich würde sagen, aber es ist 200 Meter hoch. Es ist 90 Meter hoch. Es ist nicht möglich, dass es nicht möglich sein kann. Das heißt, Palakana ist immer so, wie es sich in der船 befestigt? Es ist sicher, dass es sich in der Flügel verbunden ist. Aber wenn man sich die Welt anschaut, man kann es nicht sehen, dass man es nicht sehen kann. Ich denke, es ist ein Schiff. Schiff? Oh! Wie ist das, Chei-chan? Ich habe mich in der Daigo, in der ich in der Daigo. Ja, ich habe mich schon überlegt, was ich. Hä? Wenn ich mich über die Führung auswählte, dann ist die Möglichkeit sehr hoch. Das bedeutet, dass wir wieder in Daigo kommen? Das ist der Katschus. Das ist nicht so. Jetzt ist es nur noch die Stadt. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist doch ein Vergnügen. Das ist doch ein Vergnügen. Wenn du auch ein Vergnügen. Ich muss nicht mehr so sein, was ich? Ich sollte es nicht machen. Ich bin wirklich ein Vergnügen. Wenn du da bist, dann kannst du dich mit einem guten Mann und einem guten Mann zusammenfassen. Das ist wirklich ein Vergnügen. Das wäre ein Vergnügen. Okay, finally, Alter. Jetzt ist die Gang vereint. Jetzt kann ich es wirklich sagen. Jetzt geht die Musik los erstmal. Kurzer Check. Okay, wir haben viel abzulaufen. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Ja! Ich weiß nicht, ob ich die Angst. Das ist gut. Du kannst auch immer wiederholen. Ich weiß nicht, Kamuro-Tcher. Das ist wirklich, einfach, wettbewerblich, und in der Stadt. Das ist wirklich? Ich weiß nicht, dass du auch nicht alle Angst hast.